Hitradio FFH. Anke ist tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, schon alle Valentinstagsgeschenke für deine Liebste beisammen? Rote Rosen stehen für die Liebe. Unschuld bedeutet von den Nelken das Weiß. Süß, Stefan. Valentinstag ist und bleibt... für mich kommerzieller Scheiß. Männer, ey. Mein Freund hat mir beim ersten Mal eine Tüte O-Saft geschenkt, weil er sich verhört hat. Er dachte, Valensinatag. Muss ich mir merken. Einmal die Vier und die Liebe ist Tasse da für Valentinstag. Strebo, was? Momentchen mal bitte. Stefan, meinem Freund sage ich immer, Frauen sind nicht kompliziert. Sie wollen nur geliebt werden. Und Überraschungen und Schmuck. Und andere Dinge, die ihr erraten müsst. Also jeder zweite Deutsche beschenkt seinen Partner dieses Jahr an Valentinstag. Anke, dann pack mir mal eine langstielige Rose ein. Jetzt braucht's nur noch eine Karte mit Herzchen. Oh ja, dann schreib ich drauf, du bist für mich wie ein Einhorn. Oh, so zauberhaft? Nee, das Letzte. Och, mach 227 Euro. Sammeln Sie Douglas-Punkte? Haben Sie eine Floi-Rob-Card? Oder sind Sie im Club der einsamen Herzen? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.